Märchen der Zukunft Nummer 25 Es war einmal ein junger Zauberer namens Max, der in einem Land voller Magie und Wunder lebte. Max war ein freundlicher und sanftmütiger Zauberer, der es liebte, die Wälder und Felder in der Nähe seines Zuhauses zu erforschen. Eines Tages, als Max durch die Landschaft wanderte, stieß er auf ein Feld mit wunderschönem Blumenkohl. Der Blumenkohl hatte eine tiefviolette Farbe und leuchtete im Mondlicht. Max war von diesem Anblick verzaubert und pflückte eine Handvoll Blumenkohl, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Auf dem Heimweg knabberte Max an dem Blumenkohl und genoss seine knackige Konsistenz und seinen süßen Geschmack. Doch als er den Waldrand erreichte, spürte er eine plötzliche Veränderung in der Luft. Der Wind nahm zu und der Himmel verdunkelte sich. Max erkannte, dass ein Sturm aufzog, und er wusste, dass er schnell einen Unterschlupf finden musste. In diesem Moment entdeckte Max ein Fahrrad, das an einem Baum lehnte. Er sprang auf das Fahrrad, trat so schnell er konnte in die Pedale, und raste durch den Wald, während um ihn herum der Sturm tockte. Der Wind heulte und der Regen peitschte ihm ins Gesicht, aber Max war fest entschlossen, sicher nach Hause zu kommen. Endlich, nach gefühlten Stunden, erreichte Max sein Zuhause. Er war bis auf die Knochen durchnässt und erschöpft, aber er war dankbar, dass er in Sicherheit war. Er hängte sein Fahrrad an die Wand und ließ sich am Kamin nieder, um sich aufzuwärmen. Als er am Feuer saß, bemerkte Max, dass der Blumenkohl, den er gepflückt hatte, noch in seiner Tasche war. Zu seinem Erstaunen sah er, dass die lila Farbe des Blumenkohls noch intensiver und leuchtender geworden war. Der Blumenkohl schien vor Magie zu blühen, und Max wusste, dass er ein besonderes Geschenk des Mondes war. Max war dankbar für das Geschenk des magischen Blumenkohls, und er wusste, dass er ihm viel Glück bringen würde. Er aß den Blumenkohl mit einem Lächeln im Gesicht und ging glücklich und zufrieden ins Bett. Und von diesem Tag an erinnerte sich Max immer an die Kraft des Mondes und die Magie des Blumenkohls. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.